Seid ihr aufgeregt, Freunde? Jetzt spielen wir den Joey Baker. Oh yeah, Mann. Ich mach wieder auf normal, Freunde. Normal muss reichen. Für abendliche Gelüste des Horror-Genres. Oh yeah. Ich muss da eins verwenden. Jetzt ist nur eins übrig. Jetzt stimmt so nicht. Ist okay. Ich war dumm zu denken, ich könnte fliegen. Es gibt sicher jemanden, der helfen kann. Das ist mein Zuhause. Offenbar gehöre ich hierhin. Ich werde Hilfe schicken. Brauchst du nicht. Es wird niemand zum Helfen, der hier sein. Es wird niemand zum Helfen, der hier sein. Okay. Beruhigen sie sich. Nein! Evie! Bitte! Yo, streamt ihr schon heute Morgen? Nein! Es ist schon der zweite Stream heute. Heute Morgen dagegen bloß drei Stunden. Wir sind aber schon wieder seit fast zwei Stunden wieder live. Wir haben hier ein Opfer. Hey, ich glaube, sie waren dort... Was führt ihr Jungs im Schilde? Ja, das ist sie. Joey Baker. Sie haben auch so eine übelst männliche Stimme, oder? Sagst du, Joey? Sir, wohnen sie hier? Was ist denn los mit ihr? Wir wollen helfen, also alles. Was in Gottes Namen hat ihr gemacht? Sir, halt! Stopp, stopp! Der haut sie alle um. Oh yeah. Meine Güte, Saul. Was zur Hölle haben die getan? Hören Sie zu. Wir wollen helfen. Das sagen Sie alle. Nein. Mann, ich glaub dir nicht, Mann. Nein, ich glaub dir nicht, Mann. Sag mir, was für Hilfe kommt in einem Kampfhubschrauber? Sie wissen nicht, wovon sie reden. Sie verstehen nicht. Du denkst, ich weiß nicht, wer ihr Leute seid? Mit all den Monstern, die hier rumlaufen. Sag mir, wo kommen die her? So ist das nicht. Sie kapieren's nicht. Oh, ich kapier's nicht. Siehst du das Mädchen da? Ja, schau. Die Kleine meines Bruders. Meine Nichte, verstehst du? Ich bin zurück von den Toten und willkommen zurück. Steht. Familie an erster Stelle. Und du wirst meine Familie nicht töten. Das ist etwas, was ich nicht zulassen kann. Gott verdammt. Sie ist infiziert. Sie sterbt. Und wir werden beide sterben. Wenn wir nicht sofort hier abhauen, verdammt. Sie ist noch nicht tot, Junge. Also tust du besser was ich sehe. Ich hoffe, ich habe deine Freunde da verfindet. Okay, okay. Es gibt ein Heilmittel. Du lügst mich an. Ich lüge nicht. Ich lüge nicht. Wir waren auf dem Weg, sie zu behandeln. Und sie haben das total versaut. Sie warten jetzt bestimmt noch auf uns. Ups, yes. Ich habe extra nichts gesagt. Ich wollte dich jetzt nicht berichtigen. Fake News. Nein, Spaß. Bitte beruhigen Sie sich. Bitte beruhigen Sie sich. Sie ist zu einer Hütte. Sie haben nicht weit von mir gebracht. Oh. Oh. Ah. Es ist da. Ich schwör's. Moment. Ah, ich kann den gar nicht boxen. Schade. Kann ich sie boxen? Das wird schon wieder, Zoe. Ach, das wird schon wieder. Du bist Familie. Alter, warum sieht die so aus wie... Keine Ahnung. Eine von Frozen. Let it go. Let it go. Das, was ich heute gesehen habe, war kein Alligator. Ich war draußen, die Schnüre überprüfen, als ich gesehen habe, dass einer angebissen hat. Also habe ich ihn hochgezogen. Stattdessen war es irgendein Schlamm überzogenes Gott weiß was. Mit riesigen Zähnen und Klauen. Wollte mich schnappen, aber ich habe dem Arsch eins in die Fresse gegeben, bevor er das konnte. Hätte nie gedacht, dass ich sowas mit eigenen Augen sehen würde. Muss die verdammte Regierung sein, die geheimen Experimente an Menschen und Tieren durchführen. Kein Zweifel. Das erklärt auch diese Hubschrauber, die hier in letzter Zeit herumfliegen. Okay. Okay. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Okay. Ah, guck mal, hier haben wir eine Truhe. Und hier können wir sogar direkt noch speichern. Das läuft. So, neuer Boni freigeschaltet. Flinte und AMG. Aha. Extrem was vorhin schneller. Ja, bitte beruhigen Sie sich. Wir nehmen es trotzdem mit, ja? Komm. Nehmen wir einfach mit, Freunde. Because we fucking can. Laden. Oh, ja, Mann. Vollständig geladen. Also, liebe Damen, bitte jetzt nicht neidisch werden, ja? Das ist bloß fiktional. Auch wenn er so schön, schön lustig vibriert, ne? So. Ach, die Maximum... Okay, ist okay. Ist okay. Ey! Hallo? Kann ich nicht... Achso, ich muss das so machen. Nevermind. Einfach überschreiben. Wie geht's? Mir geht's sehr, sehr gut. Bombo, ich hoffe dir auch. Ich hoffe dir auch. So, können wir jetzt hier Happy Piniata spielen? Vollständig geladen. Oh. Uh. Damit hab ich jetzt nicht gerechnet. Damit hab ich jetzt nicht so gerechnet. Oh. Hä? Extreme Herausforderung Start? Was? Was wird denn jetzt hier herausgefordert? Oh Gott, ich nehm alles mit. Muss ich einfach durchrennen? Okay, du vermodernde Schimmelfresser. Ouch. Oh, ich ärsche mache ich mit gelosen Händen fertig. Das ist gut. Laden. Vollständig geladen. Laden. Oh, die haben wir von hinten weg, ne? Vollständig geladen. Ach, ich kann auch Schleifangriff... Schleif... Schleicherangriff machen. Vollständig geladen. Hat dem auch mit, die Boxerpumpe? Vollständig geladen. Ja, aber schaff ich doch eh nicht. Was ist da los? Hallo? Grüße. Was zum Teufel. Ähm, dude, das sieht ungesund... Ah, das sieht so ungesund aus. Heilmittel für Typ E-Infektion. Na supi. Jetzt kommen wir wieder zurück, oder was? Oh, hi. Wait a second. Komm her, du. Laden. Noch jemand? Komm her. Vollständig geladen. Hi. Booyah. Laden. Vollständig geladen. Macht schon irgendwie Spaß, Freunde. Ja, ich sage euch so wie dies. Es macht schon Spaß. Laden. Es macht einfach... Vollständig geladen. So, kommt da noch jemand? Somebody? Somebody? Nobody wants to have some fun? With old Joey? Okay. Das ist Resident Evil 7. What the fudge? Oh, no. Nein, 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 nein. No. Please, no. Oh, no. Drück's rein. Wollt's nicht, wenn er irgendwas zerschlagen darf, wo er zerstören darf? Yeah. Ist das... Ist das eher gut oder ist es eher schlecht? Warte, jeder hat so seine Hobbys, oder? Ich bitte euch. Gottverdammt, warum weckt es nicht? Ah. Sie war nicht voll, oder? Das wird nicht reichen. Sie braucht eine volle Dosis zur Heilung. In der Basis ist mehr. Machen Sie mich los. Dann führe ich Sie hier. Bitte. Welche Basis? No. Oh Gott. Was hat er jetzt da rausgezogen? Was hat er jetzt im Herrgott-Fill da rausgezogen? Hä? Ähm. Dude, dir fehlt da eine Hälfte. Ach, da, guck mal. Ich hab da eine Hälfte gefunden. Alles cool. Found it. Ah. Okay. Wir müssen schnell weg. Der ist aber auch einer von der ganz hässlichen Sorte, oder? Von der ganz hässlichen Sorte, Freunde. Ja, kein Aussehen-Shaming hier, aber der ist schon hässlich. Okay. Okay, direkt mal reinsetzen. Okay. Ist alles gut, Zoe. Warum ist sie so halb nackt unterwegs? Hat sie sich zuerst nicht mal ausgezogen? Hat sie sich gedacht so, okay, der Pilz, der hat meine Kleidung angefallen, jetzt muss ich mich nackig machen. Okay, nochmal schön winken, Freunde. Winken. Tschüss. Bye, bye. Wichser. Nein, macht Spaß. Alles cool. Hahaha. Habt ihr gerade nicht gesehen, Freunde. Ich wollte euch nur was zeigen an meiner Stirn. Hahaha. Wer so lange meinte, die Medizin ist in irgendeiner Basis. Oh, in irgendeiner Basis. Was sieht doch gut aus. Und woher zum Teufel ist jetzt diese Wand gekommen? Habe ich mir aus dem Ärmel geschüttelt. Hm. Da hat jemand das Licht angelassen. Mehr brauche ich gar nicht. Okay. Also ich muss ehrlich sagen, Joey ist schon ziemlich krass drauf. Der ist einfach super krass drauf. Der macht die halt wirklich platt mit den Fäusten. Ja, wo Ethan und Chris irgendwie alle möglichen Waffen, Schrofflitten, whatsoever brauchten, ja. Geht der da hin und sagt so, ey Mensch, du hast da was auf der Nase. Lass mich das mal runterkratzen. Mit meiner Faust. Und wieso? Also männlicher geht's schon gar nicht mehr, oder? Sorry. Nur noch ein Stückchen. Das einzige, was noch männlicher wäre, wenn er die Hose runterzieht und dann die Viecher mit dem Loris vermöbeln würde. Das wäre, glaube ich, noch krasser. Aber alles andere geht das schon so klar, oder? Oh, nee. Nee, 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 Freunde. Nee, nee, nee. Lauf ich hier gerade. Ich glaube, ich glaube, ich lauf gerade richtig, oder? Ach, komm schon. Nicht jetzt, Alligator. Ah, dumme Alligator. Tell mich der Roboter, oder? Ich nehme nochmal so eine Puppe. Let's take it. Boxer-Puppe. Ja, stimmt doch, oder nicht? Stimmt doch. Just telling the truth. Leave me. Leave me. Leave me. Okay. Hier bist du sicher? I hope, at least. Warte hier. Ich bring dir was, dass dir helfen wird. Habt ihr euch gerade tatsächlich vorgestellt, wie der Joey die Viecher jetzt mit dem Loris vermöbelt? Was habt ihr für eine kranke Fantasie, Freunde? Erstmal überspeichern. Bin dann für eine halbe Stunde weg. Wow, nur weil ich von Loris rede, willst du dich jetzt selbst anfassen? Nein, man hat Spaß. Bis gleich. Muss ich jetzt hier drauf? Nee, oder? Nee. Nee, ich glaube nicht. Laden. Vollständig geladen. Diese Bilder im Kopf, es tut mir leid. Das wäre pure Männlichkeit, ja, ne? Oh yeah, man. Start. Oh, ich muss die... Oh, shit, die fach. Weck's mit dir. Was muss ich jetzt hier machen? Vollständig geladen. Laden. Hallo, how's it going? I'm Chris, by the way. Der Raddampfer. Verdammt, ihr macht es einem echt nicht leicht. Verdammt. Vollständig geladen. Hola. Hi, tal. Halt dich fern, jo. Vollständig geladen. Laden. Vollständig geladen. Laden. Guck, wie oft ich dem ins Gesicht geben muss. Laden. Okay. Vollständig geladen. Ja, schluck ein bisschen davon. Das Gute ist, dass man halt mit der Faust richtig... Vollständig geladen. ...Munition hat, ne? Laden. Vollständig geladen. Autsch. Laden. 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 Vollständig geladen. Also, der hat die übelsten Moves drauf, wa? Was macht der? Laden. 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 Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Ich will weg. Ich will weg. Ich muss ja wieder herstellen. Come on. Ist ne Ma... Oh, Bear Grylls. Holy shit. Warte mal. Na komm, wir schluck hier ein bisschen was von. Und jetzt? Knie nieder. Du machst uns keine Probleme mehr. Nehme Maschine auf Foto und das nochmal... Ja. Even that. Even that is normal. Ist das auch ein DLC? Das ist auch ein DLC. Und Tintin auch dir einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du auch da bist. Tja, Freunde. Den haben wir ja wohl mal ordentlich Platz gemacht. Aber was ich nicht verstehe, ist es, dass sie nicht zwischendlich kaputt machen konnten. Ja? Erst wenn er tot ist, erst dann können wir das hier kaputt machen. Holy shit. Au. Au, 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 au. Ach, der will ja nicht lang. Läuft bei dem. Läuft bei dem, sag ich euch. Läuft bei dem. Wow. Okay. Aber Inventar hat man zumindest einigermaßen groß. Das sollte passen. So. Hier nochmal. Überspeichern. Sie sehen so aus wie ich. Bitte beruhigen Sie sich. Bitte beruhigen Sie sich. Na, keine Markangeber. Von der anderen Seite. Moment. Moment. Die nehmen wir auch mit. Boxerpuppe. Macht nochmal ein bisschen mehr Schaden. Sollte passen, hoffe ich. Sollte passen. Ey. Ähm. Warum kann ich das... Ach so. Catch. Tschüss. Au, 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 au. Wo hat die Handschuhe hin? Fuck. Hä? Würde ich verarschen? Wie... Hä? Wie wecken jetzt davon losgekommen? Geht ja weiter. Yes. 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 Das geht weiter. Always. Always and forever. Guck mal, hier waren er noch. Oh Gott. Ich frage mich halt immer, wo ich hin muss, wenn da so ein Timer kommt, ne? Hier war noch so ein Viech. Muss ich aufpassen. Da. Detail. Guck mal. Easy peasy, Freunde. Guck mal. Easy peasy. Hier haben wir nochmal einen Speer. Vielleicht kommt da vielleicht nochmal einen an. Wait a second, my friend. Oh. Bye bye, mister. Muss ich hier lang? We have to go this way? Oh. Will er nicht, ne? Laden. Vollständig geladen. Oh, yeah. Ich glaube, hier muss ich gar nicht mal lang, oder? Oh, oh. Nö. Bin komplett falsch. Na, supi. Laden. Ja, dann gescheitert. Wow. Ihr gebt aber auch kein Tim, wo ich laden muss, jo? Ich meine, was kann ich tun? Was kann ich tun? Guys, was kann ich tun? Like, literally, nichts. Something. Moment, Moment, Moment. Wir nehmen wieder das hier. Oh, hi. Bye. Wie krass wir sind, ne? Ein guter Wurf und dann sind die schon kaputt. Kapuzki, Freunde. Kapuzki. It's the best right. Jetzt ist es natürlich ein bisschen schade, wenn wir den Timer nicht geschafft haben, ne? Machst du nichts. Machst du da. Machst du nichts. Bauen wir mal hier auf. War ich auch nochmal. Safety first, Freunde. Safety first. Let's go. Die Atmosphäre ist so schön. Was spielst du da? Der Sumpfsimulator. Nein, das ist Zoe's Ende zum DLC von Resident Evil 7. Der Sumpfsimulator. Das war auch gut, oder? Du liebst es auch, Sachen zu zerstören. Durchaus. Durchaus. Vor allem, wenn es nicht meine Sachen sind. Das ist immer ein guter Ding. Das ist immer ein guter Ding. Ach, nee, 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 Freunde. So viele Probleme. So viele Probleme. So, was muss ich jetzt hier machen? Gibt's ja auch was Schönes zu looten. Metallschrott. Ja, warum auch nicht? Hier komm ich aber nicht hoch. Hier könntest du schnell hoch, Freunde. Bauer jede Tonne Schweiler für uns. Oh, da hinten haben wir noch eine Puppe. Oh, schon wieder? Hm, ich mag es nicht, Heimer zu haben. I don't like it. I love it, love it, love it. Oh, yeah. Mal speichern, eventuell so. Let's save a little, guys. Vor allem, ich hab doch vorhin schon, bin ich da schon gescheitert. Warum soll ich denn jetzt das nochmal machen? Bin doch nicht doof. Lauf ich richtig? Am I right? Oh, hello. Putz, jung. Verstampfen. Ja. Schön daneben treten. Das sollte passen. Vollständig geladen. Oh, yeah, man. Vollständig geladen. Laden. Vollständig geladen. Hola. Como estas? Hablo español solo. Laden. Vollständig geladen. Laden. Laden. Was, das super funktioniert, Freunde. Ich weiß nicht, was ihr habt. Vollständig geladen. Laden. Ich weiß nicht, was ihr habt, Freunde. Vollständig geladen. Laden. Wow. Vollständig geladen. Laden. So geil mit dem Teil, oder? Vollständig geladen. Oh, immer mitten ins Gesicht, Freunde. Wie bei einem Sex. Vollständig geladen. Immer mitten ins Gesicht. What? Laden. Vollständig geladen. Laden. Laden. All right. That's good. Laden. Vollständig geladen. Laden. Kann man mal so machen, oder? Komm ich da auf die hoch? Nehmen wir auch mal mit. Hello. I have to... Okay, hier lang wahrscheinlich. Okay, sehr schön. One Punch Man. Yeah, that's me. Sounds like me. Sounds like me. Synthesizing. Ach, komm schon. Der Abrissmeister Simulator. Yes, auch das. Da fehlt auch die Glatze. Ja gut, das kriegt man im Nobphol schnell hin. Weil er extrem auf die Eier geht. War es jetzt von dem? Oder meint es jetzt meine? Sprach für ein Freund. Autschi. Au. Au. Das ist doof. Doof, hier lauf. Hallo. Au. Au. Die Stimme von deinem One Punch Man-Handschuhe. Ach so, ja, okay. Das kann ich nachvollziehen. Alter, yo, lass halt nach. Ist okay, alles cool. Au, 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 au. Warte doch mal nach, Junge. Immer ins Gesicht. Oh, yeah, das magst du doch, oder? Mmh, geil. Okay. Oh, yeah. Oh, yeah. Wrestling-Angriff. Ich würde ihm nicht zwischen die Beine greifen, ne? Muss ich gerade ehrlich sagen. Was los? Was los, Freund? Ähm, hier steckt ja was im Rücken. Laden. Vollständig geladen. Oh. Laden. Vollständig geladen. Ja, immer. Au, 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 au. Alter, alter, alter. Yo, yo, yo. Alter, mach deinen Standpunkt nicht so. Ich wollte schon mehr. Ja, ich wollte gerade sagen, ja. Hast deinen Standpunkt klar gemacht. Laden. Vollständig geladen. Oh, fuck off, fuck off, yo. Vollständig geladen. Laden. Vollständig geladen. Laden. Vollständig geladen. Alter, gescheitert. Come on. Ich fühle mich gerade wie in den Schuhe zurückversetzt. Bitte euch. Laden. Oh, au, 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 au. Vollständig geladen. Die, motherfucker, die, motherfucker, die. Oh, hello. Vollständig geladen. Laden. Ihr kommt ja einfach in den Rücken rein. Ja, ist gerade Thema. Hey, komm her. Vollständig geladen. Oh, alter. Hier, komm, kriegst du einen schwachen Schlag. Damit hat er nicht gerechnet. Vollständig geladen. Oh, au, au, au. Mayday, Mayday, Mayday. Vollständig geladen. Vollständig geladen. Und einfach ein paar hierforten. Oh yeah, come on, ins Gesicht. Laden. Vollständig geladen. Ach, vor allem die Fläche ist ja auch sehr, sehr klein. Hier. Smack that all on the floor. Smack that. Okay. Give me some more. Au, 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 au. Laden. Vollständig geladen. Wuh. Au, au, au. Wie lange braucht denn der? Vollständig geladen. Ah, finisher. Finish him. Fidelity. All right. Erst mal wegschmeißen. DealC, yes, das ist ein DealC. End of Zoe, is that? ich komme zu dir so wie everything is just fine everything is just fine man i was intense ich habe mit ihm gar nicht so ich habe mit ihm gar nicht so ein dinges gedöhnt hier und ich kann etwas herstellen was doch erst mal ganz viel sachen herstellen und danke für die ganzen follows dankeschön zwei deutlichkeit ist da most of the time yes most of the time yes vollständig geladen tut mir fast so ein bisschen der rücken weh ja ganze anspannung ihr freunde damit habe ich nicht gerechnet ja übelste handschuhe aufgeladen dann haue ich einfach den anderen hand zu damit hat keiner gerechnet come on guys come on gibts zu nahmen hat keiner gerechnet das war schon krasser move vollständig geladen ruf da entriegelt wait erstmal kurz zwischenspeichern freunde ich bin ein kostenloser spiel nennen das machst du sehr sehr gut das machst du sehr sehr gut wenn man das dlc auf hart durchspielt bekommt man zwei handschuhe ja aber wer willst in einem so leicht machen ich bitte euch ein handschuhe reicht mir schon völlig ja ich wollte dich übertreiben oh nein ja aber lucky us hier steht ein boot hier steht einfach mal so ein boot rum und wir gehen es wo bist du mädchen wo sind die hin oh there he is hey lass meine familie in ruhe arschloch komm mal schön da her alles cool wow der scheint schnell zu sein da war jemand ziemlich eifersüchtig yeah it happened er wollte doch nur kuscheln yes das sagen sie alle er wollte nur kuscheln ja dann sind sie schwanger mitberugen sie sich alles zum teufel ja sieht schon nicht mehr ganz so lecker aus hier ne vor allem was ist das für zeug ist das überreste von irgendwas muster fahren sein muster fahren sein ansonsten muster fahren irgendwie so der ist zu früh gespawnt maybe oder zu früh despawn kann auch möglich sein is too damn fast so wo geht es jetzt hier lang okay es wird schon wieder auto gespeichert das ist super aha mhm so fing man ein paar boxer püppchen ich brauche ein paar boxer püppchen freunde kennt ihr boxer püppchen die geben einem das sie wissen extra an box power kennt ihr box power was hier denn was hier ist sonst nichts drinne okay wir speichern nochmal einfach weil wir es können freunde just because of that ein bisschen wut rauslassen ja ein bisschen wut rauslassen oh warte mal was sehen denn meine ach so ok das ist doch keine puppe das sind bloß bloß krebser naja hätte ja sein gekonnt hätte ja sein gekonnt oh hier haben wir schon wieder ein time on oh hallo vollständig geladen gut alter nein 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 muss ich eigentlich irgendwas drücken gescheitert ah ich bin tot also der hat ein fucking iron man meets robocop meets one punch man handschuhe an und er kriegt nicht das maul von dem aufgerissen na gut kann ich nachvollziehen ok machen nochmal neu alligatoren bekämpfen glauben sie nicht dass sie einfach auf einen alligator zu gehen und ihm eine ok irgendwas ja wisst ihr bescheid eine abreibung irgendwie mitgeben irgendwie so start das ist aber kein richtiger alligator ich geh jetzt einfach hier lang okay 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 das ist gut bye 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 noch ein bisschen mit stadt mit hallo vorbei bei second mikrowelle immer die fluss kräfte immer die fluss kräfte frisch aus der mikrowelle so muss das laufen freunde da sehe ich mich gescheitert aja kommen du bist auch gescheitert zwei schüsse brauchen die holle die waldfee holla die waldfee mir geht es einfach da rüber oh gott bitte zwei von den johle die füße ich guck mal was hier drin ist oh genau das mensch wobei ist da auch noch eine okay okay ich glaube da müssen wir na rechts rum kann ich auch irgendwie leise gehen dass sie gar nicht auf mich okay das kommt direkt Ah, okay, ist okay, ist ja cool, 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 hey Mensch, alles cool. Wie schnell dreht er sich denn? Mach ich den jetzt einfach wieder her? Tach, der hat einen Wendekreis wie ein LKW. Haha, Lusche. Lusche. Kannst du mal Call of Duty World War 2 spielen? Kommt drauf an, ob es das ist, was da for free... Ne, ich glaube, es heißt anders, ne? Ne, wie heißt das? Habe ich sogar runtergeladen, ich weiß noch nicht, wie das heißt. Eins von den beiden ist, glaube ich, kostenlos. Das habe ich. Das andere nicht. Ne, das andere einfach nicht. Ui, da, ui, da, ui, da, ui, da. Nein. Nein, nein. Vollständig geladen. Vollständig geladen, Freunde. Was ist denn das für ein Hammer-Game? Nein, das ist ein Faust-Game. Nein, das ist ein DLC von Resident Evil 7. Was ist denn das für ein Hammer-Game? Oh. Ne, kann ich hier was ablegen? Ne, brauche ich ja auch nicht. Ich habe mal zwischenspeichern können, warum? Der war gut, was da kommt. Der war gut. Gib's zu, Freunde. Der war, der war schon, der war schon. Ah, der kann schon was. Der kann schon was. Ein Faust-Game ist das. Oh, wow. Weil mich kriegt das ja nie wirklich hin hier mit dem... Oh, nein, nein, nein. Huch, 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 huch. Ah, mich hat die Roboter-Faust verwirrt. Yeah. It happens. Alter, what the? What the? Jetzt geht doch mal vernünftig hier. Ja, ey. Hat aber gesoffen, Alter, ne? Vollständig geladen. Hi. Laden. Bye. Vollständig geladen. Hey, du. Laden. Vollständig geladen. Au, au. Laden. Das ist neu. Vollständig geladen. Hab ich das gesehen? Ist das neu? Das muss doch neu sein. Das hab ich noch nie gesehen. Wurschbär. Oh, nochmal ne Boxer-Puppe. Das ist gut. Boxer-Puppen sind immer gut. Laden. Laden. Okay, muss ich auch mal einschlagen. Vollständig geladen. Das war's mit der Robo-Hand. Ja, ich verstehe auch nicht, was da jetzt genau passiert ist. Ja, aber... Scheint krasse Viecher zu sein. Atelier, Atelier. Kann ich da irgendwie... Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Okay, da ist eins. Jetzt... Malch der einfach drauf... Oh, ne, von der anderen Seite muss ich hin, ne? Ob sich das lohnt? Warte, hab ich überhaupt noch einen Speer? Warte mal. T-t-t-t-t-t-t-t-t-t. Da. Speer. Faust mal mit der Faust. Boah. Ha-ha. Bitch. Sorry, was? Okay, hat sich, glaube ich, gelohnt, oder? Hat sich gelohnt? Hier können wir mich direkt drei mitnehmen. Ja, three. Oh, Double Time. Double Time, guys. Haben wir hier... Sieben Stück haben wir schon. Nicht... Von schlechten Eltern. Sehr gut. We did it. We did it, guys. We did it. So, hier geht's weiter. Laden. Oh, no, hier nicht. Vollständig geladen. Vollständig geladen. Ey, du. Ey, du. Laden. I tell you what. Laden. Vollständig geladen. Wieder Dein Gleit 2, oder hast du... Ne, die Story haben wir schon zu Ende gespielt. Laden. Da sind wir schon durch. Da sind wir leider schon durch, mein Freund. Oh, oh. Vollständig geladen. Was ist das? Ich höre mich nichts. Ich war total verwirrt. Was ist das für ein Geräusch? Balanceakt. Passen Sie auf, wo Sie hintreten, wenn der Fahrt schmal ist. Ähm, es hat kein... Okay. Ach so, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, das war war. Ey. Voll, das war... Hier, sag, Tschüss. Okay. Kannst du mal Resident Evil 3 streamen, oder hast du es schon? Tatsächlich noch nicht. Tatsächlich noch nicht. Vollständig geladen. Oh, yeah. Oh, yeah. Vollständig geladen. Das ist, was ich fucking... Alter, was ich fucking talking about. Vielleicht proben wir uns wieder mal ein Sperr. I need my spear. Äh, aber vorher nicht wie Faust. Faust! Faust! Äh, bin ich jetzt doof? Faust. Und Jeff auch hier. Schönen guten Abend. Schön, dass du auch da bist. Die Tür macht auf, die Tore macht weit. Jetzt kommt der Herr der Herrlichkeit. Wisst ihr Bescheid, ja? Einfach so. Oh-oh. Oh-oh. Bleib liegen, Freund. Die bohren doch nur einen Schuss? Hab ich gerade voll verfehlt, oder was? Hab ich gerade so heftig... Die hat sich verfehlt vorhin bei der Session? Rein so, ne? Ich denke so, Leute. Ich denke so. Wir gehen einfach weiter. Äh, Schroflitte nehmen? Ja, oder halt einen Sperr. Ich glaube, ein Sperr dürfte auch ganz gut kommen. Siehst du? Sperr. Sperr. Geht immer klar, Freunde. Warte einen Moment. Vollständig geladen. Hörrö. 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 Arra, arra. Was ist jetzt hier verkehrt? Ey, du. Fang. Der konnte nicht fangen, Freunde. Ich hab ihn vorgewarnt. Ich habe ihn vorgewarnt. Vollständig geladen. Das machst du super, Freund. Gescheitert. Vollständig geladen. Sehr gut. Nehmen wir die beiden auch noch mit. Awesome. Oh, da hinten ist nochmal welcher. Nice. Holy shit. Dö, 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 dö. Ö, dö, dö. Öp. Öp. Alles cool, Freund. Laden. Wollen wir bestimmt gleich schon wieder welche um die Ecke, oder? Vollständig geladen. Hat Kütter um die Ecke. Hi. Oh, Mann. Das tut doch... Alter, der lebt noch. Vollständig geladen. Laden. Oh, beide? Vollständig geladen. Holy shit, Freunde. Gibt's was Geileres, als mit einem Faustheap direkt zwei niederzuklappeln? Oh, ja. Das ist ziemlich großartig. Ich weiß das jetzt. Ich weiß das jetzt. Oh, ho, ho. Das war schon irgendwie geil, oder? Ich bin nicht geladen. Laden. Laden. Oh, no, 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 no. In how many padres et filiets spiritu sancti, ameen. F iPhone! Oh, zwischengesprmarket noise. At least that. At least that. Vielleicht können wir nochmal... einen mit zwei... Eee, nee, Cutsch. Zwei mit einem schlagen, so. Laden. Vollständig geladen. Oh, es gibt doch noch guten Content auf TikTok. Ja, aus Versehen. Ah, oh, hi. Vollständig geladen. Oh, ja, man. Wuh. Geil. Aus Versehen gibt's Content. 22.22. Hello. Zum Quadrat. Alright. Bro, Resident Evil, Cyberpunk geworden? Ja, something like that. Something like that. Moment. Der Typ. Den mag ich gar nicht. Wollte ich nur mal kurz gesagt haben, ja? Der Typ, den mag ich gar nicht. Hey, du. Oh. Go down, Moses, way down in Egypt's land. Laden. Tello. Vollständig geladen. Paraho. To let my people go. Da-dem-dem-dem-dem. Ja, Freunde. Also alte Songs aus dem Musikunterricht. The Step of the Child. Ah, guck mal an. Die nehmen wir mit. Wir speichern nochmal zwischen. Sehr gut. Wie weit bist du also? Wie lange spielst du schon? Ähm, ungefähr 2 Stunden 30 Minuten. Pi mal Däumse. Pi mal Däumse. Laden. Asse muss frei. Vollständig geladen. Loading. 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 Na, könnt ihr noch? Moment. Moment mal. Die weit muss ich noch laufen hier, ey. Ich hab meinen Vibrator immer dabei, ne? Laden. Oh, wat? Vollständig geladen. Timer. Ja, smack that all on the floor. Smack that. Give me some more. Oh, yeah. Vollständig geladen. Bye, bye, mister. Ist ja ekelhaft, Freund. Oh, da kommt noch einer. Laden. Vollständig geladen. Laden. Laden. Vollständig geladen. Ah. Laden. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Okay. Okay. I think we did a pretty good job so far. Laden. Loading. Vollständig geladen. Vollständig geladen. I'm back on track, guys. Erfolgreich. Na, endlich. Vollständig geladen. Oh, hello there. Ist ein verdammter Sacrileg. Jack. 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 Au. Und Bilar, auch dir einen wunderschönen guten, guten Abend. Und mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch. Schön, dass du da bist. das tut aber bestimmt ein bisschen weh, ja ein bisschen Freunde, nur ein klein bisschen. Was schnüffelt ihr an mir? Ich hab heute Morgen erst ihr duscht, lass mich in Ruhe. Eine Reverse-Karte? Seht ihr das? Die Familie! Okay. Ich sehe, was du da gemacht hast. Mensch, scheckiger Junge! Was ist nur passiert? Ja, das ist eine sehr gute Frage. So! Aber hey! Oh, hier sind schon ein paar mehr gewesen, wa? Hilfe! 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 Angriff von einer unbekannten Biowaffe! Beckerhaus-Camp wird ange... Hilfe! 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 Nebenbei, wir werden die gerade alle abgeschlachtet. Könntet ihr vielleicht kurz helfen. Das wäre supi, falls ihr ja gerade Zeit habt. Dankeschön. Du dreckiges Schwein. Ey, wo ist meine Faust? Where is it? Und danke für die Follows. Dankeschön. Seemst du irgendwo außer auf TikTok? Yes, gerade simultan auf Twitch. Gerade auf Twitch, also falls ihr so ein bisschen besser qualisiert haben wollt, dann seid ihr natürlich herzlich auch auf Twitch angeladen. Just by the way, an FYI. Und nebenbei können wir noch ein bisschen Boxenbogen machen, ja? Oh yeah. Oh yeah. Weil jetzt müssen... Ähm. Sirs, Madame, Monsieur. Please, wait. Please, wait, I tell you. Please, wait. I have to loot this case. And then I have to get this, äh, gauntlet. Advanced Multi-Purpose Gauntlet. Was ist deinem... Ich finde Walking Dead super. Ein paar Staffeln, die so ein bisschen eher schleppend sind, aber ansonsten finde ich das eigentlich sehr, sehr gut. Kräftiger linker Schlag. Ver-Dum-Laden. 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 Vollständig-Geladen. Grüezi! Oh, zwei Köp-Auf-Ain-Mal. Let's how I like it, guys. Hmm. Das ist vielleicht genau das, was ich brauche, um Jack endlich auszuschalten. Oh ja, Mann. Muss ich hier lang? Nee, ich glaub nicht, oder? Oh, hier kann ich nochmal speichern. Ist ja auch in Ordnung. Einfach mal überspeichern, so. Wie heißt du auf Twitch? Einfach Grizzly Bear suchen, genau. Oh, hallo. Zoe Baker, 4th Grade. Haben wir noch irgendwo was? Okay, wir laufen einfach, Freunde. Let's go. Avengers, assemble. Something like that. Laden. Oh, hallo. Vollständig geladen. Laden. Vollständig geladen. Grüße. Brofist. Oh, gescheitert. Na, sup ihm. Vollständig geladen. Bye-bye. Geht ihr noch was looten? Ich laufe hier gerade so durch, weil der Timer runterzählt, aber effektiv ist es eigentlich total wasted. Nehmen wir lieber hier noch ein bisschen 100 Füßler mit oder 1000 Füßler oder was auch immer es sind. Vielleicht sind es auch nur 99 Füßler. Ich habe nicht genau gezählt. 12,30 von einem, ja. Das kriegt ihr nur hier, Freunde. Das bekommt ihr nur hier. Oh, hi. Ich sagte, geh mir aus dem Weg. Shit, ich glaube, ich bin gekommen. Nein, ich war die ganze Zeit schon da. Lade. Vollständig geladen. Oh, hello, big boy. Oh, ja, man. Vollständig geladen. Au, au, au. Ist sehr ekelhaft. Oh, look at you, my friend. Champion, Papa. Sehen aus wie die Viecher aus Resident Evil, meinst du wahrscheinlich? Crazy. Stimmt. Jetzt, wo du es sagst, fällt es mir auch auf. Jetzt, wo du es sagst, haben wir schon eine gewisse Ähnlichkeit. I do great. Er muss da vorne sein. Er muss da vorne sein. Vollständig geladen. Laden. Vollständig geladen. Vollständig geladen. Oh, kommt hier noch ein Viecher an? Ja, ja, nee, Freunde. Yay. Oh, nee. Nee, da muss ich, glaube ich, rein. Eh, so. Verdammt. Was ist hier passiert? Welches Game ist das? Das ist Resident Evil 7. Ein DLC davon. So. Produktbezeichnung AMG 78. Dieses Produkt wurde entwickelt, um den Transport von schwerem Gerät und Vorräten zu erleichtern. Wenn angelegt, erfasst es die Nervenimpulse des Trägers und synchronisiert diese mit einem Servomotor, der eine maximale Leistung von mehr als 50 Pferdestärken erlaubt. Modernste Schockabsorber reduzieren den vom Träger geführten Rückstoß auf Null. Technische Spezifikation, maximale Leistung 78 AP, 6000 RPM, maximaler Drehmoment 155 Newtonmeter und 4500 RPM, Gewicht der Einheit 5,5 Kilo. Oh, yeah, man. Wir haben die Gewebeprobe analysiert, von denen wir annehmen, dass sie von Jack Baker stammen. Die Zellen zeigen eine außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit gegen physische und chemische Schäden. Das E-Serie Mutamycet sondert ein Telomerase-ähnliches Enzym durch die Zellwand ab, wodurch eine anormale Aktivierung des ERK-Wegs ausgelöst wird, die eine Zellspaltung erzwingt und so besteht das Gewebe regeneriert. Jedoch führt die wiederholte Zellteilung rasch zu einer Auflösung der interzellularen Struktur, was zu dem verschlammenden Schlacke-ähnlichen Effekt führt, den wir in den gesammelten Proben beobachten konnten. Unsere Arbeitshypothese schreibt dies einem Erreichen der Eiflick-Grenze zu. Man beachte auch, dass die Proben von anderen Familienmitgliedern, die Ehefrau Margaret, der Sohn Lukas und die Tochter Zoe, nicht dieselben extremen regenerativen Eigenschaften aufweisen. Die Symptome unterscheiden sich womöglich von Person zu Person. Weitere Forschung ist vonnöten. Achso, wow. Ja, sorry. Ich konnte mich nicht zurückhalten. Ich hoffe, du nimmst mir nicht böse, dass ich jetzt gerade mal so ein bisschen einen kleinen Jux gemacht habe. Ja, so einen kleinen Jux, weißt du. Oh, hier habe ich wieder alles. Nice. Erstmal wieder alles so nehmen. Nice, nice, nice. So, nehmen wir das hier nochmal. Ein bisschen was zum Heilen ist bestimmt auch nicht verkehrt. Das auch. Wurfspeer, auch super. Was haben wir sonst noch Feines? Oh, warte mal. Wenn ich jetzt das jetzt hier noch nehme. Kann ich das auf die... Nee, kann ich nicht nehmen noch zu sich, oder? Nee. Ich glaube, dass die hier tatsächlich stärker ist. Ich könnte mir reinschauen, noch ein bisschen was zu Heilen machen. Aber ich glaube, so viel brauche ich gar nicht, Freunde. Ich glaube... Nee, die kann ich nicht zusammentragen. Na gut, dann kann ich eins wieder herräumen. Dann räumen wir den mal wieder zurück, Freunde. Let's go back. I think. Jetzt hier. Wobei... Was kann ich aus dem... Nee, kann ich... Warte mal, ich muss jetzt mal schauen. Kombinieren. Und essen. Mit Teilschrott und Ast. Ach komm, wir machen uns einfach was zum Heilen. Fuck it. Let's do it. Let's do it. Hab mich schon gewundert, dass es wie Resident Evil aussieht. Ja, ne? Totale Copyright-Verletzung hier. Totally. Totally. Äh, haben wir hier noch irgendwo so eine Puppe? Wir müssen auch noch ein bisschen mehr Schaden machen, eventuell so. Ganz bisschen. Püppchen. Hello, Püppchen. Püppchen! Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber hey, ist jetzt nicht ganz so schlimm, Freunde. Wart's nur ab, Jay. Wart's nur ab. Let's go in. Zoe kommt mit mir. Zoe. 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 Moment. Oh, hier haben wir auch noch... Oh, hier haben wir auch noch so richtig viel. Oh, die Schade. Warte mal. Ich muss die Lute erst. Por favor. Okay, das war's schon. Alter, guck mal, wie viel Heilzeug wir haben, ey, ja. The Fudge. Na, komm. Hello. Zoe. Zoe. Wach auf, wach auf. Wach auf. Oh, oh. Alter, der hat Zoe einfach weggehört. Schubst. Die liegt jetzt da. Zeig's mir. Und ich zeig's dir. Und wir zeigen's uns gegenseitig. Au, au, au. Und da hast du noch mal einen. Und wieder ins Gesicht. Oh, ich glaub, der steht drauf, Freunde. Also, wenn ich's nicht besser wüsste, würde ich sagen, der steht voll. Oh, shit, das war nicht getroffen. Au. Alter, als er das getroffen hat. The Fudge. vollständig geladen. Vollständig geladen. Vollständig geladen. Au. Au. Heil dich. Hey. Du schubbelst doch nicht, oder? Wuhu. Geladen. Vollständig geladen. Äh, gut. Zumindest aber einigermaßen Reichweite. Vollständig geladen. Hä? Hallo? Laden. Ähm. Laden. Oh Gott. Ich dachte, ich müsste ja wieder einen Finisher machen. Laden. Tschüss. Laden. Au, alter. Laden. Alter. Vollständig geladen. Oh, und ins Gesicht. Freunde, immer schön ins Gesicht. Vollständig geladen. Sehr schön. Vollständig geladen. Au, 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 au. Wait a second, my friend. Oh, whoa, 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 whoa. Ich halte mich. Okay. Habe ich mich jetzt gehalten oder nicht so? Laden. Was willst du? Vollständig geladen. Dude. Stop it. Laden. Okay. Vollständig geladen. Alter, fuck off. Vollständig geladen. Ach, schluck das. Alter, das tut doch weh. Immer in den Rücken rein. Alter, yo, ist okay, ist okay, ist okay. Ich halte mich. Lass mich nicht umlegen. Laden. Ach, die Rätschaft nicht kaputt geht da durch, ne? Vollständig geladen. Okay. Laden. Vollständig geladen. Laden. 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 Vollständig geladen. Aha! Oh, oder? Weißt du noch, wie ich dir als Kind die Nase gebrochen hab? Weißt du noch, wie ich dir in den Laufs gespissen hab? Au, au, au. Hat er es ja mal langsam dort? Vollständig geladen. Autsch. 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 Au. Ist okay, ich wasche mich nochmal. Alles cool. Everything is awesome. If you're part of a team. Oh. Laden. Alter, ihr hört mal auf, wenn ihr am Schwingwert da was da los. Vollständig geladen. Laden. Vollständig geladen. Oh, nochmal ein Ruf. Vollständig geladen. Ah, ich hab doch noch einen mitgegeben. Guck mal. Vollständig geladen. Laden. Und jetzt? Komm an. Vollständig geladen. Oh yeah, come on. Weiß ihm den Kopf ab. Mach's wie aus, wie ausbohren. Oder schlag er mit rum. Das ist ein Abschied von der Familie, Bruder. Okay. Sorry. Moment. Moment. Kurz nochmal. Sorry. So machen das, Brüder, nochmal. Ich bitte euch. So machen das, Brüder, nochmal. Zoe. Halt durch. Gleich geht's dir besser. Zoe. Ah, Zoe. 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 Wach auf, Zoe. Jo? Was ist los? Geht's dir gut? Mir geht's gut. Mach dir keine Sorgen. Es ist jetzt vorbei. Los, 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 los. Stehen bleiben. Die Hände hoch. Runter. Hands up, baby. Waffen runter. Give me your hand. Waffen runter. Give me your hand. Ist okay. Sie sind wohl Zoe Becker. Wer fragt denn? Wer fragt denn? Chris Redfield. Wir haben nach ihm gesucht. Yeah, I'm Chris, by the way. Wir helfen. Ihnen wird es gut gehen. Ich war drei Jahre mit diesen Monstern eingesperrt. Alle wollten mich umbringen. Unglaublich, dass es vorbei ist. Hör mal. Tief im Innern. Waren sie noch eine Familie, die dich liebt. Besonders deinen Daddy. Selbst in seinen letzten Tagen. Eddie. Wir haben sie. Toughes Mädchen. Ja, natürlich. Moment. Jemand möchte sie sprechen. What's up? Zoe, bist du da? Du bist das. Ich glaub's nicht. Du hast es geschafft. Das haben wir beide. Du hast mich nicht vergessen. Ich sagte, ich schicke Hilfe. Und ich halte meine Versprechen. Ethan. Danke, Ethan. Bitte schön. Mach zehn Euro. Capcom. Oh, yes. Oh, yes. Fine. Ich glaube, wir haben es geschafft. Und wir werden es wieder machen. Sometimes. Sehr schön. Sehr, sehr schön.